Kapitel 1 Bettina 1 Innerhalb von drei Monaten habe ich nun schon fünf Kilo abgenommen. Für meine Verhältnisse viel. Er bringt mich an den Rand. An den Rand meiner Vernunft und meiner körperlichen Gesundheit. Er betrügt mich, sagt meine Bauchstimme. Das bildest du dir alles ein, sagt Tom. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Haben wir eine Zukunft? Ich versuche, meine Bauchstimme zu überhören. Die Anzeichen zu ignorieren, ihm zu vertrauen. Geht nicht. Immer wieder neue Erklärungen für Verspätungen, fremde Gerüche, innere Abwesenheiten. Und dann wieder innig beisammen. An Schlaf ist nur dann zu denken, wenn ich vorher eine Flasche Wein getrunken habe. Aber auch dann schrecklich nachts hoch, geplagt von Träumen, die meinen Alltag vor meinem inneren Auge verfremden. Gestern endete der Traum mit einem tiefen Fall vom Dach des Bürohauses, in dem ich arbeite. Auf dem Weg nach unten begegnete mir mein Chef mit verzarrtem Gesicht und erschrie mir zu. So konnte es ja auch nicht weitergehen, Mädchen. Ist schon besser, dass du fliegst. Endlich Frieden. Bevor ich auf dem Asphalt aufschlug, wachte ich auf. Sie steht tatsächlich vor meinem Schreibtisch. Hatte sich wohl einen Termin bei meinem Chef erschlichen. Die beiden kennen sich von früher aus der Politik. Und danach ist sie einfach den Gang runter und zu mir ins Büro gekommen. Die Frau ist etwa zehn Jahre älter als ich, eher unscheinbar, hat herbe Gesichtszüge. Sie wissen noch nicht, dass wir seit Jahren ein heimliches Paar sind, fragt sie ohne Umschweife und schaut mich lauernd an. Äh, wer? Frage ich griffsstutzig. Statt auf meine Frage einzugehen, zieht sie ein Foto aus der Tasche. Die Frau und Tom in einer sexuellen Verrenkung. Im Hintergrund ein quietschgelbes Hemd. Offenbar ein Selbstauslöserbild. Kein Termin zu dritt. Nur damit sie mir glauben, grinst sie und steckt das Bild wieder ein, bevor ich die Einzelheiten studieren kann. Ist das eine Montage? Ist er das wirklich? Doch. Den Leberfleck am Oberschenkel habe ich gleich erkannt. Ach so, ich bin Corinna. Sie streckt mir ihre Hand hin. Ihre Stimme klingt streng. Ich erwidere den kräftigen Händedruck mechanisch. Sagen kann ich noch immer nichts. Sie zieht sich einen Stuhl heran. Seit vier Jahren geht das mit uns. Er hatte damals über unseren Parteitag berichtet. Ein schöner Mann. Aber er ist in letzter Zeit so dick geworden. Eigentlich seitdem er sie kennt. Das bekommt ihm nicht. Naja, aber ich bleibe ihm ja. Für immer. Ich weiß, dass ich keine Schönheit bin, aber ich habe besondere Fähigkeiten. Ah ja, mummele ich und denke an das Foto. Nein, nicht nur sexuell, wenn sie das jetzt denken. Die Frau kann offenbar gut in Gesichtern lesen. Die Frauen in Toms Leben kommen und gehen, aber nur ich kann ihn verstehen. Und das weiß er zu schätzen. Ich versuche mich zu fassen. Und warum sind sie dann ein heimliches Paar, um mal ihre Worte aufzugreifen, auch wenn ich ihnen nicht glaube? Die Frau vor mir lächelt wie eine Mutter, die ihrem kleinen Kind noch einmal verzeiht, dass es das Pyjama-Oberteil links herum angezogen hat. Ach, wissen sie. Eine allein ist für Toms viele nicht ausreichend. Aber das können sie nicht begreifen. Müssen sie auch gar nicht, weil sich das zwischen ihnen ohnehin bald erledigt haben wird. Tret die jetzt völlig frei? Erledigt haben? Toms viele? Es wurde Zeit, dieser Frau mal Bescheid zu stoßen. Mein Verteidigungsinstinkt ist endlich angesprungen. Gute Frau, vielleicht gehen sie mal zu einem Therapeuten. Auf jeden Fall verlassen sie jetzt mein Büro. Ich stehe auf, öffne die Tür, und zeige mit einladender Geste auf den Flur. Ohne Eile steht Corinna auf. Sehr aufrecht geht sie davon. Ich rufe ihr noch nach, dass Tom in Kürze bei mir einziehen wird. Kurz vor dem Fahrstuhl dreht sie sich um und sagt ruhig. Ich weiß, das ist neu für ihn, aber er wird mir trotzdem bleiben. Und in einem halben Jahr wird er seine Sachen wieder aus ihrer Wohnung räumen. Soll ich ihm von dieser Begegnung berichten? Ach Quatsch. Eine arme Irre, die sich in meinen Typen verguckt hat und sich da in was hineinsteigert. Was soll ich uns damit belasten? Aber das Foto? Na und wenn schon. Vielleicht hatten die früher mal was miteinander und das war ein altes Bild. So genau konnte ich es schließlich nicht betrachten. Und er muss mir ja auch nicht sagen, mit wem er früher alles. Vielleicht hatte sie die Trennung von ihm nie verwunden und war zur Stalkerin geworden. Aber andererseits deckt sich die Geschichte von dieser Corinna nicht mit meinem Bauchgefühl. Wie oft hat er sich schon bei unseren Dates verspätet oder sie ganz abgesagt, weil immer ganz wichtige Termine dazwischen gekommen waren. Habe ich nicht schon manchmal so fremde Gerüche an ihm wahrgenommen? Als ich ihn darauf angesprochen hatte, reagierte er richtig aggressiv. Ich sei krankhaft eifersüchtig. Aber dann wieder ist alles so innig mit ihm. So nah, als würden wir miteinander verschmelzen. Diese Momente des Glücks kannte ich noch nicht. Okay, etwas komisch ist er manchmal schon. Sagt stundenlang kein Wort, wenn wir mal einen Ausflug unternahmen. Zuckt erschreckt zusammen, wenn ich ihn anspreche. Er will eigentlich auch nie mit zu meinen Freunden. Und eigene scheint er nicht zu haben. Jedenfalls sagt er, er sei immer ein Eigenbrötler gewesen. Kann ja sein. Er liest viel. Jeder Gang ins Theater oder Konzert kostet mich alle Überredungskünste. Er könne die grimassierenden Gesichter auf der Bühne nicht mehr ertragen, die jeden Text so überdeutlich unterstützten. Eigenartig. Ist doch Theater. Und Konzerte habe er schon viele in seinem Leben gehört. Mit den größten Virtuosen. Tief abgespeichert. Kann nur noch ein schlechter Aufguss werden. Ich bin dann wirklich ratlos. Aber dann, dann schaut er mich so innig an, dass ich aufgehe in ihm. Als seien wir eins. Ich liebe ihn doch. Und er mich auch. Das sagt er. Schreibt er. Singt er. Denn er spielt auch selbst vertonte Lieder am Klavier. Hören auch sehr selten. Als ich ihn neulich gebeten habe, doch mal wieder Musik zu machen, behauptete er, er könne gar nicht spielen. So bescheiden muss er doch gar nicht sein. Mein Tom ist eben keine Massenware. Will ich auch nicht. Diese Corinna tut mir eigentlich leid. Ist zwar schon dreist, in mein Büro marschiert zu kommen, aber die ist eben verzweifelt und versucht mit allen Mitteln um sich zu schlagen. Was würde ich machen, wenn ich Tom verlieren würde? Aber sollte ich so einen Auftritt wirklich auf sich beruhen lassen? Sollte ich Tom nicht doch warnen vor dieser Verfolgerin?